Eine weitere aufkommende Frage wird mit Sicherheit die Trophäenausfuhr aus dem Land sein. Über das Washingtoner Artenschutzabkommen ist der Handel mit Wildtieren bzw. entsprechenden Produkten aus Wildtieren geregelt. Den Waldmann betrifft dieses insoweit, da auch die Trophäenausfuhr der entsprechenden Jagdbeute berücksichtigt werden muss. Neben der Ausfuhr spielt dieses allerdings auch bei der Einfuhr in das heimische Land eine Rolle. In diesem Punkt sollte man sich im Vorfeld bereits informieren, ob die Jagdtrophäe auch in das entsprechende Heimatland eingeführt werden darf. An dieser Stelle muss der Jäger bedenken, dass durchaus die Ausfuhr aus dem Jagdland gestattet werden kann, allerdings die Einfuhr durch den zuständigen Zoll in das Heimatland untersagt wird. An dieser Stelle kommt die thailändische Besonderheit ins Spiel. Ist eine Art in Thailand unter Artenschutz gestellt bzw. ist sie gemäß der aktuellen Listung der CITES als solche gelistet, ist die Ausfuhr dieser Trophäen untersagt. Der Anhang spielt dabei keine Rolle. Dies bedeutet, dass auch Arten, die gemäß CITES-Abkommen zwar handelbar sind, nicht importiert oder exportiert werden dürfen. An dieser Stelle muss der Waldmann allerdings nicht verzagen. Es gibt auch in Thailand Tierarten, die nicht unter dieses Abkommen fallen und entsprechend ausgeführt werden können. Dies betrifft beispielsweise verschiedene Federwildarten, die ihnen in Thailand begegnen können. Ebenso gilt dieses nicht für die Hybridvarianten der in Krokodilfarmen gezüchteten Krokodile. Für den Petri-Jünger bedeutet dies, dass auch verschiedene Fischarten durchaus ausgeführt werden können und als Trophäe mitgenommen werden können. Krokodilfarmen Vielen Dank.